Hallo! Wie du sicher weißt, haben Menschen verschiedene Organe. Wie zum Beispiel die Lunge, den Darm oder die Leber. Aber weißt du auch, welche Organe eine Pflanze hat? Pflanzen besitzen natürlich ganz andere Organe als der Mensch. Und welche das genau sind und welche Aufgaben diese Organe haben, siehst du in diesem Video. Als Beispielpflanze werden wir eine Pflanze betrachten, die du bestimmt schon einmal gesehen hast. Den Ackersenf. Diese Pflanze ist zwar nur ein weit verbreitetes Unkraut, an ihr kann man aber gut die verschiedenen Pflanzenorgane erkennen. Fangen wir mit dem unteren Teil der Pflanze an. Die Wurzel. Da fällt dir sicher sofort ein, welche Aufgabe die Wurzel hat, oder? Wurzeln verankern Pflanzen im Boden. Aber Wurzeln sind auch für die Aufnahme von Wasser zuständig. Neben Wasser werden über die Wurzel auch Stoffe aus dem Boden aufgenommen. Dazu gehören zum Beispiel im Wasser gelöste Salze, die die Pflanze für ihr Wachstum braucht. Über feine Wurzelhaare an den Spitzen der Wurzeln gelangt dann das Wasser und die darin gelösten Salze ins Innere der Wurzel. Von dort aus wird das Wasser in die Sprossachse transportiert. Damit sind wir schon beim nächsten Pflanzenorgan. Die Sprossachse. Du hast jetzt schon erfahren, dass die Sprossachse Wasser und die darin gelösten Salze aus der Wurzel transportiert. Diese werden in die Teile der Pflanze geleitet, die sie gerade benötigen, wie zum Beispiel die Blätter. Dazu sind im Inneren der Sprossachse ringförmig die sogenannten Leitbündel angeordnet. Diese kann man sich wie kleine Schläuche vorstellen, die gut für den Transport von Wasser geeignet sind. In den Leitbündeln werden auch Stoffe transportiert, die in den Blättern hergestellt werden und in andere Pflanzenorgane, zum Beispiel die Wurzel, gelangen sollen. Zudem hat die Sprossachse auch eine Stützfunktion, die der Pflanze Stabilität verleiht. Wenn du an die Sprossachsen von Bäumen denkst, siehst du, wie groß und stabil eine Sprossachse bei bestimmten Pflanzen sein kann. Die Sprossachse trägt zudem die anderen Pflanzenorgane, wie die Blätter, sodass diese genügend Sonnenlicht bekommen. Blätter sind ebenfalls Pflanzenorgane. Sicher weißt du, dass in den Blättern von Pflanzen die Photosynthese stattfindet. Hierbei stellt die Pflanze mit Hilfe des Sonnenlichts aus Kohlenstoffdioxid und Wasser den Zucker her, den sie für ihr Wachstum verwendet. Die Photosynthese läuft im Inneren der Blätter ab. Dafür sind grüne Blattfarbstoffe notwendig. Daher sind Blätter grün gefärbt. Damit nicht zu viel Wasser über die Blätter verdunstet, sind die Blätter von einer Wachsschicht, der Cuticula, überzogen. In der Blattoberfläche befinden sich Poren, die den Gasaustausch von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid ermöglichen. Das auffälligste Organ des Ackersenfs ist natürlich die Blüte, da sie eine leuchtend gelbe Farbe hat. Hast du eine Idee, welche Aufgabe Blüten haben? Blüten dienen der Fortpflanzung der Pflanze und sind daher von großer Bedeutung. Durch die Farbe oder den Geruch der Blüte werden Insekten angelockt. Diese fliegen dann von Blüte zu Blüte und bestäuben sie untereinander. Nach der Bestäubung entwickeln sich aus der Blüte Früchte mit Samen. Die Samen sind für den Fortbestand der Art notwendig und können wieder zu neuen Pflanzen auskeimen. Damit hast du jetzt die wichtige Aufgabe der Blüte kennengelernt. Du hast in diesem Video gesehen, dass Pflanzen wie die Menschen Organe haben. Das sind nicht Organe wie Lunge, Darm oder Leber, wie sie der Mensch besitzt. Zu den Organen der Pflanzen gehören die Wurzel, die Sprossachse, die Blätter und die Blüten. Diese Pflanzenorgane haben vielfältige Aufgaben und sorgen dafür, dass die Pflanze sich entwickeln und wachsen und durch Bildung von Samen den Fortbestand ihrer Art sichern kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020